Aristoteles über die Tyrannei Er muss literarische Versammlungen oder andere Treffen zur Diskussion verbieten. Und er muss alle Mittel ergreifen, um zu verhindern, dass die Menschen sich gegenseitig kennen, denn die Bekanntschaft schafft gegenseitiges Vertrauen. Wenn seine Untertanen unterdrückt werden, werden sie gelehrt, demütig zu sein. Ein Tyrann sollte sich auch bemühen, zu wissen, was jeder seiner Untertanen sagt oder tut und er sollte Spione beschäftigen, wie die weiblichen Detektive in Syrakus und die Spitzel, der der Tyrann Hiro einstellte, um alle zu belauschen, die sich an einem beliebigen Ort versammeln oder treffen. Aus Angst vor Informanten verhindert er so, dass die Menschen ihre Meinung sagen und wenn sie es tun, werden sie leichter gefangen. Eine weitere Kunst des Tyrannen besteht darin, Streitigkeiten unter den Bürgern zu sehen. Freunde sollen mit Freunden, den Bürger mit den Höhergestellten und die Reichen untereinander in Zwietracht verwickelt werden. Auch sollte der Tyrann seine Untertanen verarmen lassen. Er verhindert so die Wachsamkeit der Bürger, denn die Menschen, die hart arbeiten müssen, werden daran gehindert, sich zu verschwören. Eine weitere Praxis der Tyrannen besteht darin, Steuern zu vervielfachen. Nach der Art des Dionysius in Syrakus, der erfand, dass seine Untertanen innerhalb von fünf Jahren ihr gesamtes Vermögen in die Staatskasse einbringen sollten. Der Tyrann führt auch gerne Krieg, damit seine Untertanen abgelenkt sind und immer einen Führer brauchen. Während die Macht eines Königs durch seine Freunde bewahrt wird, ist das Merkmal eines Tyrannen das Misstrauen gegenüber seinen Freunden, denn er weiß, dass alle Menschen ihn stürzen wollen und er allein will die Macht. Auch hier finden sich die bösen Praktiken der schlimmsten Form der Demokratie wie auch der Tyrannei. So ist die Macht denn auch unter den Frauen in ihren Familien gegeben, in der Hoffnung, dass die Weiber ihre Männer bespitzeln. Und die Erlaubnis ist selbst Sklaven gewährt, dass sie ihre Herren verraten können. Denn Sklaven und Frauen verschwören sich nicht gegen Tyrannen und sie sind natürlich freundlich zu Tyranneien und auch zu Demokratien, denn unter ihnen haben die Frauen und die Sklaven eine gute Zeit. So wird der Schmeichler in Ehren gehalten. In Demokratien ist er der Demagoge. Und der Tyrann schätzt auch diejenigen, die mit ihm in einem unterwürfigen Geist zusammenarbeiten, er umgibt sich also mit Schmeichlern. So lieben Tyrannen immer böse Menschen, weil sie sich gerne schmeicheln lassen. Aber kein Mensch, der den Geist eines Freien hat, wird sich durch Schmeicheleien erniedrigen. Gute Menschen lieben andere gute Menschen. Oder jedenfalls schmeicheln sie nicht. Außerdem sind die schlechten verschlechte Zwecke nützlich. Es ist charakteristisch für einen Tyrannen, jeden abzulehnen, der Würde oder Unabhängigkeit hat. Er will allein in seiner Herrlichkeit sein, aber jeder, der eine ähnliche Würde beansprucht oder Unabhängigkeit geltend macht, greift in sein Vorrecht ein und wird von ihm als Feind seiner Macht gehasst. Ein weiteres Zeichen eines Tyrannen ist, dass er Ausländer mehr liebt als das eigene Volk, mit Ausländern lebt und sich an seinen Tisch einlädt. Denn das eigene Volk ist sein Feind. Aber die Ausländer stellen keine Rivalen für ihn dar. Das sind die Zeichen der Tyrannei und die Künste, mit denen er seine Macht bewahrt. Es gibt keine Bosheit, die zu groß für ihn ist. Alles, was wir gesagt haben, lässt sich unter drei Gesichtspunkten zusammenfassen, die auf die drei Ziele des Tyrannen eingehen. Das sind Er weiß, dass ein niedergeschlagener Mensch sich nicht gegen jemand verschwören wird. Zweitens Die Schaffung von Misstrauen unter den Menschen. Denn ein Tyrann wird erst dann gestürzt, wenn die Menschen anfangen, einander zu vertrauen. Und das ist der Grund, warum die Tyrannen mit dem Guten im Krieg stehen. Sie stehen unter der Vorstellung, dass ihre Macht von ihnen gefährdet wird. Nicht nur, weil sie nicht despotisch regiert werden wollen, sondern auch, weil sie einander und anderen Menschen gegenüber loyal sind und sich nicht gegenseitig ausspionieren wollen. Drittens Der Tyrann wünscht, dass seine Untertanen handlungsunfähig sind. Denn niemand versucht, was unmöglich ist, und sie werden nicht versuchen, eine Tyrannei zu stürzen, wenn sie machtlos sind. Unter diesen drei Leitsätzen kann die gesamte Politik eines Tyrannen zusammengefasst werden. Und an der einen oder anderen von ihnen können alle seine Ideen übertragen werden. Erstens Er sät Misstrauen unter seinen Untertanen. Zweitens Er nimmt ihnen die Macht weg. Drittens Er erniedrigt sie. Zweitens